Ein schönen guten Morgen. Morgen ist sie endlich da, die deutsche Corona-App. Werden wir mit Ihrer Hilfe das Virus dauerhaft unter Kontrolle bringen? Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einen Impfstoff für alle Bundesbürger bestellt. Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit dem Virologen von der Uni Frankfurt, Dr. Martin Stürmer. Schönen guten Morgen, Herr Stürmer. Sie waren ja, Herr Stürmer, selber an Corona erkrankt. Spüren Sie da eigentlich noch irgendwelche Folgen von, oder ist das komplett überstanden? Rein subjektiv würde ich sagen, dass mein Geschmacks- und mein Geruchssinn nicht mehr so sind wie vorher. Das kann ich natürlich nicht quantifizieren, aber das ist das, was so ein bisschen hängen geblieben ist. Ansonsten spüre ich keine Beeinträchtigung. Immer noch? Wie lange ist das her? Die Infektion ist vermutlich so Mitte März gewesen und dementsprechend sind das schon jetzt so zwei Monate her. Und hilft Ihnen das jetzt eigentlich in der Arbeit als Virologe, das selber erfahren zu haben? In der Arbeit direkt nicht, aber natürlich in der Einschätzung des Ganzen, in der Bewertung des Ganzen, dass man noch mehr aus eigener Erfahrung erzählen kann, dass man vielleicht vorsichtig sein sollte, sich nicht unbedingt diesen Erweger einfangen zu müssen, wenn man es vermeiden kann. Einfach weil man nicht genau weiß, was letztendlich das Virus im Körper anrichtet und möglicherweise an Folgeschäden doch zurückbleiben. Und helfen genau dagegen, gegen die Möglichkeit sich zu infizieren, soll ja die neue Corona-App, die ausgereifter sein soll bei uns als in anderen Staaten. Wie wichtig ist die jetzt, um eine zweite Welle zu verhindern? Naja, erstmal wird die App keine Infektionen vermeiden, keine neue Infektionen. Sie soll natürlich helfen, im Falle von Infektionen, die wieder auftreten, die Kontakte schneller nachzuverfolgen. Und letztendlich muss die App im Alltag beweisen, dass sie das kann. Es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, dass sehr viele Menschen diese App dann auch benutzen. Ja, das ist ja genau ein Punkt. Die Nutzung ist freiwillig, die Standorte dürfen nicht gespeichert werden. Wie wirkungsvoll kann das eigentlich sein? Eine ganz wichtige Frage, ein ganz wichtiger Punkt. Es steht und fällt damit, wie gut und effektiv das Ganze funktioniert. Und ja, wenn man den Werbungen sozusagen Glauben schenkt, dann soll das ja eine ganz tolle App sein, die besser ist als in unseren anderen Ländern, die schon Erfahrung mit Apps haben, die da nicht so positiv gewesen sind. Ich kann da jetzt noch kein Urteil zu abgeben, ob unsere App jetzt tatsächlich die beste sein wird. Da müssen wir tatsächlich abwarten. Und es gibt ja noch ein paar andere Nachteile, die ich mir gewünscht hätte, jetzt schon vielleicht implementiert sind, wenn man sich so viel Zeit lässt. Stichwort Urlaub und Auslandskompatibilität, die wohl mit der jetzigen Version nicht gegeben ist. Davon gehen Sie aus, dass die App nicht kompatibel ist mit vergleichbaren in Frankreich und Italien und so weiter, richtig? Das ist die Farbinformation, die ich entnommen habe. Und man arbeitet wohl angeblich daran, es kompatibel zu machen mit den Schnittstellen in anderen Ländern. Und das wäre natürlich schön gewesen, wenn das im Vorfeld passiert wäre. Apropos Ausland. Seit heute jetzt gerade, was haben wir, fünf nach acht. In fünf Minuten startet der erste Flieger nach Mallorca wieder von Düsseldorf. Ist das eigentlich leichtsinnig Ihrer Meinung nach, jetzt in Urlaub zu fliegen? Nein, es ist nicht unbedingt leichtsinnig. Es ist ja so, dass die Situation in anderen Ländern ja auch ähnlich gut inzwischen ist wie in Deutschland. Es gibt doch relativ viele Länder, wo das Infektionsgeschehen gut kontrolliert ist. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ich selber würde wahrscheinlich auf den Auslandsurlaub im Augenblick noch verzichten, bis die Situation besser ist. Weil letztendlich ist ja doch Urlaub eine andere Situation als zu Hause. Man verhält sich vielleicht doch wieder anders. Es kommen andere Menschen aus anderen Ländern mit dazu. Und da ist sicherlich ein gewisses Risiko dabei, vielleicht doch Infektionen mit nach Hause zu bringen. Aber das ist ja ein entscheidender Punkt, ob man jetzt mit schlechtem Gewissen reisen muss oder nicht. Viele, viele, viele sagen ihre Reisen ab und canceln eben den Urlaub. Und viele andere reisen aber dann doch mit ein bisschen schlechten Gewissen. Berechtigt oder nicht? Ja, berechtigt schon. Also man sollte wirklich aufpassen im Urlaub. Also nicht Bruderleichtsinn mitnehmen, sondern sich genauso zu verhalten wie zu Hause. Man sollte den Abstand halten, die Kontakte reduzieren, gegebenenfalls auch Masken tragen. Und das ist natürlich, muss sich jeder selber überlegen, ob er oder sie das möchte, sich im Urlaub entsprechend so zu verhalten oder verhalten zu müssen. Weil das ist die Empfehlung, die man abgehen kann. Natürlich, wenn der Strand leer ist und genug Abstand ist, da muss man nicht eine Maske tragen, kann sicherlich auch Bahnen gehen. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo es kritisch sein könnte. Und ja, wie gesagt, meine Empfehlung wäre vielleicht noch ein bisschen zu warten. Herr Dr. Stimmer, Bild berichtet heute, dass Deutschland zusammen mit Frankreich, Italien Impfstoff bestellt hat. 400 Millionen Dosen für Deutschland. Ist das eine gute Nachricht? Auf der einen Seite natürlich ja. Das heißt, wenn tatsächlich dieser Impfstoff erfolgreich sein sollte und die klinische Prüfung besteht und seine Wirksamkeit zeigt, dann hätte man im internationalen Wettbewerb auf jeden Fall Impfdosen sicher. Weil es war ja im Vorfeld schon in der Diskussion, dass andere Länder sich schon was vorreserviert hätten und dann möglicherweise nicht genug übrig bliebe. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich sehr schade, dass wir mit solchen Mitteln arbeiten müssen, um Impfstoffe zu sichern für die Bevölkerung, weil ich glaube, weltweit ist dieser Impfstoff notwendig. Und wenn er denn da ist, egal von welcher Firma, dann sollte er allen zur Verfügung gestellt werden. Die Pharmaindustrie ist sich ja sehr sicher, dass es bis Ende des Jahres oder zumindest im Laufe des nächsten einen Impfstoff geben wird. Absolute Rekordzeit wäre das ja für die Entwicklung. Teilen Sie diesen Optimismus eigentlich? Ja, ich bin auch noch optimistisch, dass es uns gelingen wird, diesen Impfstoff zur Verfügung zu haben. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie lange dieser Impfstoff wirken wird, wie effektiv dieser Impfstoff wirken wird. Ob wir jedes Jahr alle zwei, alle drei Jahre vielleicht eine Variante des Impfstoffs brauchen, wie wir es von der Grippeimpfung her kennen. Insofern bin ich auch noch optimistisch, aber ich kann noch nicht abschätzen, in welche Richtung es danach wirklich gehen wird. Jetzt machen die Kitas wieder auf und nach den Sommerferien dann auch alle Schulen. Kann das funktionieren und mit welcher Entwicklung rechnen Sie jetzt virologisch? Auch das ist ein Punkt, der sehr schwer abzuschätzen ist. Es ist ja immer noch nicht ganz hundertprozentig geklärt, welchen Beitrag Kleinkinder und Schulkinder zur Übertragung des Virus beitragen und wie die Infektionsverläufe bei ihnen sind. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass man bis nach den Sommerferien wartet. Viele Länder haben Studien gestartet, hier in Hessen zum Beispiel auch, gleichzeitig mit der Meldung, die Kindergärten und die Grundschulen wieder zu öffnen. Da ist eine Studie gestartet, die Kindergartenkinder untersucht. Und diese Ergebnisse hätte ich lieber abgewartet, bevor ich diese breiten Öffnungen mache, damit es eben nicht möglicherweise im Nachhinein Probleme gibt, wo man hinterher sagt, oh Mensch, hätte ich doch vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger agiert. Frau Merk, Sie hätten sich mehr Vorsicht gewünscht. Sie haben ja auch gesagt, wir bewegen uns bei den Lockerungen auf dünnem Eis. Was bedeutet das für die Lockerungen des Lockdowns konkret? Einen sehr guten Verlauf trotz dieser vielen Lockerungen gehabt. Ich bin selber positiv überrascht und freue mich, dass mein Pessimismus bezüglich der zweiten Welle noch nicht eingetreten ist. Es liegt sicherlich daran, dass sich sehr viele Menschen in unserem Land weiterhin noch an die Vorgaben halten, weiterhin sich bemühen, den Abstand zu halten, die Kontakte auf das Minimum zu reduzieren, was notwendig ist, und gegenfalls auch die Masken tragen. Und wenn wir das bei allen Lockerungen weiter so durchhalten können, dann muss die zweite Welle auch nicht kommen. Dann wird es möglicherweise bei diesen vereinzelten Ausbrüchen bleiben, wie wir sie immer sehen. Aber auch genau diese Ausbrüche sollten uns eben halt auch warnen, wie schnell es eben auch in unserer jetzt relativ günstigen Situation geht, wenn auch nur eine Person infiziert ist und die Umgebung passt, also geschlossener Raum, möglicherweise keine Masken, viele Menschen zusammen, dass es eben zu solchen Ausbrüchen kommen kann. Und wenn wir denn einen dieser Ausbrüche nicht mehr kontrollieren können, dann kann es möglicherweise eben auch flächendeckend wieder zu Infektionen. Also mahnende Worte nochmal von Dr. Michael Stürmer. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute früh zugeschaltet haben. Und bei uns im Studio bei BILD ist jetzt der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckart Rehberg. Schönen guten Morgen, Herr Rehberg. Wir haben gerade mit Herrn Stürmer über die App gesprochen. Ist die schon dabei, auf dem Handy installiert zu werden? Werden Sie sich die runterladen oder ist Ihnen das ziemlich wurscht? Nein, ich werde die runterladen. Ich glaube, man muss, wie Herr Stürmer das gesagt hat, erst mal schauen, wie funktioniert das alles. Und das ist ein Erfahrungs- und Lernprozess. Aber ich hoffe ganz einfach, dass wir auch aus Fehlern anderer gelernt haben. Und ich kann nur jeden bitten und aufrufen. Ansonsten macht es keinen Sinn, sich diese App runterzuladen. Aber Sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es fast keine Neuinfektionen. Insbesondere oben an der Ostsee, zumindest im Moment noch, wo die ganzen Urlauber noch nicht ganz so zahlreich vielleicht da sind wie dann im Sommer. Das heißt, bei Ihnen wird das überall nicht blinken im Umfeld. Nutzt Ihnen diese App dann wirklich trotzdem? Ja, Pfingsten waren die Urlauber schon da. Nicht weniger als die Jahre zuvor. Und ja, vielleicht ist es bei uns etwas weniger, weil wir in den letzten Wochen immer gute Windstärken hatten, also dass der Virus weggepustet ist. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, auch bei uns macht es Sinn. Und wir werden in Mecklenburg-Vorpommern sehen müssen, nach Pfingsten 14 Tage weiter und dann auch in der Urlaubszeit, wie dann die Zusammenballung großer Menschengruppen dann auch letztendlich wirkt und welche Auswirkungen das hat. Und es ist ja eher zum Nachverfolgen als zur Prävention dieser App. Die Auswirkungen von Corona sind bekanntlich dramatisch und extrem teuer. Jetzt hat die Regierung ein riesen Konjunkturpaket aufgelegt, mit dem der Konsum gesteigert werden soll. Wird das eigentlich in nachhaltiger Weise gelingen? Das ist ja nicht nur der Konsum. Wir entlasten Kommunen ganz massiv. Wir haben nochmal Überbrückungsprogramme für Unternehmen und es ist ein großes Konjunkturpaket dabei. Man wird sehen, ob die abgesenkte Mehrwertsteuer wirkt, der Kinderbonus. Aber ich sehe da nicht so viele Alternativen, gerade jetzt eine Stimulierung in den nächsten sechs Monaten vorzunehmen, denn nichts tun wäre keine gute Alternative an der Stelle. Sie haben angesprochen, die Senkung der Mehrwertsteuer vorübergehend um drei bis zwei Prozentpunkte zum 1. Juli. Glauben Sie, das reicht schon aus, damit die Leute wieder shoppen gehen? Ich glaube schon. Ich kenne uns Deutsche. Es setzt aber voraus, dass es auch weitergegeben wird. Ja gut, aber das sind sicher zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite, wenn es weitergegeben wird, kommt es beim Kunden an. Auf der anderen Seite zum Beispiel in der Gastronomie, in der Hotellerie, die ja auch im Handel teilweise arg gebeutelt sind. Wenn es nicht weitergegeben wird, dann stärkste Liquidität der Unternehmen. Also es hat zwei Seiten und beide sind positiv nach meinem Dafürhalten. Kommt diese Mehrwertsteuersenkung denn überhaupt pünktlich zum 1. Juli? Kann die wirklich umgesetzt werden? Da gab es ja in den vergangenen Tagen viel Kritik, vor allen Dingen von Unternehmen, dass das eigentlich viel zu schnell geht jetzt, dass sie das vor gewaltige bürokratische Umstände, Hürden stellt. Ist das realistisch? Können Sie es garantieren, dass es zum 1. Juli kommt? Gut, dass man jedes Unternehmen dann noch für sich selber entscheiden, wie es umgesetzt wird. Wir werden das parlamentarisch zum 1. Juli umgesetzt haben, Bundestag und Bundesrat. Am 29. Juni, glaube ich, soll es durchgehen? Ja, es gibt eine Sondersitzung, zweimal Bundesrat. Parallel haben wir ja den Nachtragshaushalt. Das sind zwei ziemlich intensive Sitzungswochen. Aber da ich die Finanzkrise vor gut zehn Jahren hinter mir habe, da sage ich, das muss möglich sein. Dafür sind wir im Parlament auch da. Und was die Mehrwertsteuer dann draußen betrifft, es hätte doch keinen Sinn gemacht, die Monate später erst in Kraft treten zu lassen. Wir brauchen jetzt und schnellstmöglichen Aufschwung der Binnenkonjunktur, nicht erst in drei oder sechs Monaten. Herr Rehbeck, jetzt haben Sie gerade gesagt, das bleibt dann den Unternehmern überlassen, ob die das so schnell schaffen oder nicht. Das kann sein, auf dem einen Bon, in dem einen Restaurant steht noch die höhere Mehrwertsteuer drauf, in dem anderen nicht, beziehungsweise in dem anderen schon die gesenkte, weil der es eben schneller geschafft hat. Das könnte ein Chaos werden für die Verbraucher. Also ich wundere mich, dass offenkundig diese ganzen Kassensysteme so inflexibel sind. Also wenn da eine Software drauf liegt, von 19 auf 16 runter, von 7 auf 5, das kann ich mir persönlich nicht so schwer vorstellen. Wenn solche Systeme überhaupt genutzt werden. Ja gut, ansonsten, also ich kann auch drei Prozent von rechnen oder von 100 oder von 1000 oder von 500, da muss man es halt im Kopf machen. Also Sie bieten Ihre Hilfe an, das ist sehr großzügig, Herr Rehbeck. Jetzt sind Sie im Bundestag dafür zuständig, auf das Geld aufzupassen, dass das eben nicht rausgehauen wird. Aber genau das passiert ja jetzt gerade. Wir häufen wahnsinnige Schuldenberge an für die künftigen Generationen. Haben Sie da einmal weggeschaut, Auge zugedrückt in den letzten Wochen? Nein, ganz im Gegenteil. Nicht machen die Schulden nicht glücklich. Andere scheinen die glücklich zu machen. Und ich habe fünf Enkel und ich hätte denen natürlich lieber keine neuen Schulden übergeben. Aber die Frage ist gerade jetzt und heute, wo ist die Alternative? Wir müssen, wir können nicht hunderte, tausende Firmen kaputt gehen lassen. Wir müssen solch ein Unternehmen wie Lufthansa stützen. Oder bei mir oben an der Küste ein Kreuzfahrtunternehmen wie AIDA, ein Aushängeschild für Deutschland, die wahrscheinlich dieses Jahr überhaupt keine Kreuzfahrt mehr unternehmen werden können. Oder wenn, nur unter ganz eingeschränkten Bedingungen. Oder denken wir an das Thema Hotellerie, Gastronomie. Und ich sage mir ironischerweise, ich kann mir in diesem Jahr kein Rammstein-Konzert mehr vorstellen. Und auch kein Konzert mit vollem Haus mit den Berliner Philharmonikern. Also das muss man, glaube ich, bedenken bei dem, was wir tun. Und ich glaube, wir tun aktuell das Richtige und das Notwendige auch. Wie viele Schulden, das vielleicht noch als letztes, um es einmal festzuhalten. Wie viele Schulden, wie viel Neuverschuldung wird das sein in diesem Jahr? Also in diesem Jahr wird es, wenn der Nachtrag jetzt kommt, rund 218 Milliarden Euro mehr an Schulden sein. Wovon wir laut Grundgesetz 162 Milliarden ab 2023 werden tilgen müssen. Also 218 ist die Zahl allein für dieses Jahr. Wie war es bei der Finanzkrise? Da war das nur ein Bruchteil davon. Bei der Finanzkrise sind wir mit neuen Schulden reingegangen von 86 Milliarden. Und ich warne davor, die Finanzkrise und die Coronakrise zu vergleichen. Das ist beides nicht vergleichbar. Bundesfinanzminister Scholz verspricht ja, dass schon ab 2023 die Schulden oberhalb der Schuldenbremse wieder zurückgezahlt werden. Glauben Sie ihm das? Er muss es zurückzahlen oder wir nicht. Wir müssen es zurückzahlen, weil der Artikel 115 Grundgesetz vorschreibt, wenn man die Schuldenregel außer Kraft setzt, muss man einen Tilgungsplan haben. Den haben wir beim ersten Nachtrag aufgelegt und wir werden ihn jetzt auch auflegen. Das heißt, wir werden die Schulden, so ist der Plan, in 20 Jahren zurückführen müssen. Und dann gibt es einen anderen Plan, nämlich von CDU-Generalsekretär Paul Ziemerk, der fordert, dass man bis 2030 die Corona-Schulden wieder abbaut. Hat der Plan eine Chance? Das ist sehr ambitioniert. Das klingt sehr ambitioniert. Wenn wir 160 Milliarden Schulden haben, in 20 Jahren zurückführen sind es 8 Milliarden pro Jahr. Wenn ich die Zeit auf sieben Jahre verkürzen will, jeder kann dann 160 durch sieben teilen. Das ist eine sehr ambitionierte Form, ja. Also keine Chance? Ich sehe der Stand heute nicht, weil ich ganz ehrlich sage, wir müssen noch schauen. Stichwort, wenn wir die Sozialsysteme bei unter 40 Prozent Beitrags nicht überhalten wollen, was ich für richtig halte. Europa wird eine Herausforderung sein und keiner weiß, ich knüpfe da mal an den Virologen, Herrn Stürmer vorher an, kommt noch eine zweite Welle oder kommt keine. Und wir wissen alle nicht, wie entwickelt sich Europa weiter, wie entwickelt sich die Pandemie in der Welt weiter. Das ist alles ein Blick in die Glaskugel. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Prognosen. Jetzt wollen Sie ja zum ersten Januar laut Gesetz die Mehrwertsteuer dann wieder anheben. Also erst zurückführen, vorübergehend eben für diese sechs Monate. Anschließend soll es ausgerechnet vom Wahljahr oder zum Wahljahr dann wieder raufgehen, die drei Prozentpunkte. Ist das realistisch mit Ihrer Erfahrung auch als Bundestagsabgeordneter, als haushaltspolitischer Sprecher? Wird man dann vor dem Wahljahr eben wieder raufgehen? Oder gehen Sie davon aus, das bleibt dann so mit der gesenkten Mehrwertsteuer? Nein, das kann nicht bei der gesenkten Mehrwertsteuer bleiben. Das soll ein Ankurbeln der Binnenkonjunktur sein. Und wenn wir zum Beispiel diese gesenkten Mehrwertsteuersätze das ganze Jahr 2021 hätten, würden wir beim Bund mindestens Steuermindereinnahmen von 40 Milliarden Euro haben. Und da bin ich der Auffassung, das können wir uns einfach nicht machen. Und das erklären Sie vom Wahljahr der ganzen Hotellerie bei Ihnen? Ich erkläre das ja heute. Und ich würde das auch Anfang 2021 allen erklären. Und es ist ja auch darauf angelegt, dass wir und wir müssen glaube ich irgendwann wieder zu einer gewissen Normalität zurückkommen. Eine Frage zu Ihrem Parteikollegen in Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amthor. Der soll ja Lobbyarbeit betrieben haben und dafür Aktienoptionen bekommen haben. Beziehungsweise einen Direktorenposten hat er mittlerweile zurückgegeben, hat einen Fehler eingestanden. Ist die Sache damit erledigt? Das kann ich heute Morgen so kurz nach acht in dieser Woche nicht bewerten, weil ich nicht weiß, kommt da noch was. Und Philipp Amthor, glaube ich, muss selber zum Beispiel noch erklären, wer hat die Flugreisen bezahlt, wer hat die Übernachtung bezahlt, welche Größenordnung hat das. Da sind noch ein paar Punkte offen und wir müssen in dieser Woche Gespräche führen. Das ist ein junger Mann. Es war nicht gerade klug und clever, was er da gemacht hat. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es bei dem bleibt, was jetzt offenkundig ist. Nicht klug und clever sagen Sie, aber gab es da einen klaren Interessenkonflikt? Gut, man ist immer in Interessenkonflikten. Also mir persönlich, ich würde mich jetzt nicht für eine US-amerikanische Firma einsetzen. Ich würde mich immer für Firmen aus meinem Wahlkreis einsetzen. Das habe ich gemacht, das mache ich auch weiterhin. Und deswegen habe ich gesagt, das war nicht sehr klug und nicht sehr clever, was er gemacht hat an der Stelle. Haben Sie ihm das selbst gesagt? Wir hatten noch keine Gelegenheit persönlich zu sprechen. Wir werden das in dieser Woche tun. Also er bekommt einen Anpfiff möglicherweise auch im Land. Vielleicht können Sie mit Ihrer Erfahrung aus Mecklenburg-Vorpommern sagen, wie das bei den Menschen dort ankommt. Weite Reisen, Luxusreisen offenbar auf Kosten, vermutlich nicht selbst bezahlt, auf Kosten einer großen US-Startup-Firma? Ja, Mecklenburg-Vorpommern ist das Land mit einem der niedrigsten Durchschnittseinkommen in Deutschland. Und ich glaube aber, dass das in Bayern oder bei uns überhaupt nicht gut ankommt, wenn Bundestagsabgeordnete so agieren. Eine andere Frage nämlich zur CDU-Parteivorsitz. Jetzt hat ja nach Merz und Röttgen, haben ja Herr Laschet auch erklärt, dass der CDU-Vorsitzende gleichzeitig Kanzlerkandidat werden soll. Damit ist sozusagen Markus Söder dann abgeräumt. Ist das richtig? Also dass der zukünftige CDU-Parteivorsitzende mit den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur hat, das ist glaube ich ganz selbstverständlich. Aber ich rate jetzt erstmal dazu, dass wir unseren Parteivorsitzenden die Frage klären und uns danach der Frage der Kanzlerkandidatur zuwenden. Und die Kanzlerkandidatur kann die CDU nicht allein entscheiden. Das können immer nur CDU und CSU gemeinsam. Also Sie finden, es ist ein bisschen voreilig vielleicht, dass die drei Herren jetzt gleich sozusagen sagen, das Rennen ist dasselbe. Ich hatte die ganze Debatte auch in der jetzigen Pandemie-Situation für etwas schwierig, weil wir alle miteinander nicht wissen, können wir planmäßig im Dezember unseren Parteitag durchführen oder müssen wir eine andere Form finden. Das kann ich heute nicht beurteilen. Genauso schwierig ist es im Augenblick Kandidaten für den Bundestag aufzustellen aufgrund der Verhaltensregeln zur Pandemie. Und deswegen glaube ich, sollte man erst das eine Thema lösen und sich dann dem nächsten Thema zuwenden. Danke Ihnen, Eckhard Rehberg, Haushaltspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, dass Sie heute früh hier waren bei BILD. Hier sind noch. Und wir machen weiter mit Ihrem FDP-Kollegen Michael Theurer, der uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüße Sie. Wir haben gerade, Herr Theurer, mit Herrn Rehberg über die Mehrwertsteuersenkung gesprochen, die eine ganze Stange Geld kostet. 20 Milliarden Euro kostet diese Senkung. Ist das gut angelegtes Geld Ihrer Auffassung nach? Also Entlastungen und Steuersenkungen sind aus Sicht der Freien Demokraten zunächst grundsätzlich immer der richtige Weg. Wir hätten uns ja auch eine Entlastung bei der Einkommensteuer und eine Reform der Unternehmenssteuer vor allen Dingen aber die Abschaffung, Komplettabschaffung des Soli gewünscht. Das ist leider nicht gekommen jetzt im Konjunkturpaket. Aber hier bei der Mehrwertsteuer sehen wir vor allen Dingen das Problem der hohen Umstellungskosten. Wir hören aus der Wirtschaft insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen massive Bedenken, weil das ja nur für ein halbes Jahr gilt. Das heißt, manche sagen, die Umstellungskosten sind höher als das, was da eingespart wird. Also schlechte Voraussetzungen, um hier Unternehmen und vor allen Dingen Verbraucher zu entlasten. Denn das macht ja nur Sinn, wenn es weitergegeben wird an die Bürgerinnen und Bürger, die einkaufen sollen. Und das ist natürlich genau die entscheidende Frage auch bei der Mehrwertsteuer. Die Senkung soll ja am 29. Juni entschieden werden von Bundesrat und Bundestag und dann zwei Tage später in Kraft treten. Wie bewerten Sie eigentlich diesen einmaligen Frage? Also für mich als Abgeordneter ist es überhaupt kein Problem, Sondersitzungen zu machen. Dafür sind wir ja gewählt. Da stimme ich dem Kollegen Rieberger ausdrücklich zu. Aber für die Menschen, die ja verlässliche Rahmenbedingungen brauchen, ist das eine Zumutung. Deshalb sagen wir als Freie Demokraten, was wir jetzt bräuchten, sind keine Strohfeuereffekte, sondern wir brauchen langfristig verlässliche, günstige Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Und genau das vermissen wir im Konjunkturpaket. Es ist nachfrageseitig einiges drin, aber angebotsseitig, insbesondere was die Wettbewerbsfähigkeit, bessere Bedingungen für die Zukunft unserer Unternehmen und damit von Millionen von Arbeitsplätzen verbessert, da ist Fehlanzeige. Also sind das eher Knallerbsen, die da in diesem Wumms-Paket von Scholz, Altmaier und Co. drinstecken Ihrer Meinung nach? Es bleibt abzuwarten. Es sind 57 Maßnahmen, die Ausgaben generieren. Über die Einnahmen wird gar nicht gesprochen. Und die zukünftigen Einnahmen hängen ja sehr stark davon ab, ob es gelingt, wieder auf den Wachstumspfad zu kommen. Dem Staat kann es ja nicht besser gehen als den Menschen, wenn jetzt 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, massive Einkommenseinbußen haben, um ihren Arbeitsplatz zu fürchten. Wenn weite Teile des Mittelstandes Gefahr laufen, hinweggefegt zu werden durch eine Insolvenzwelle, dann werden wir in Zukunft eben nicht das notwendige Wachstum haben. Und dann haben wir auch nicht die Steuereinnahmen, die wir brauchen. Deshalb müssen wir da radikal gegensteuern. Also das vermissen wir bei der Bundesregierung als FDP. Eine Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, eine Unternehmenssteuerreform, die notwendig ist. Auch Verlustrückträge sind ja nur sehr minimal eingeführt worden. Das haben wir als FDP massiv gefordert, dass die Unternehmen Liquidität bekommen, indem Verluste, die jetzt durch Corona einstehen, auf alte Rechnung zurückgetragen werden. Kurzum, wir vermissen die Wachstumsimpulse. Und was wir vor allen Dingen auch vermissen, ist ein ganz klares Bekenntnis zu Technologie und Innovation. Gut, da ist die Wasserstoffstrategie drin, aber das sind viele Ankündigungen und wenig Konkretes. Also wir brauchen ja eine Technologie- und Innovationsoffensive jetzt. Weil Wachstum, und zwar smartes Wachstum, natürlich ökologisch verantwortliches Wachstum, ist aber jetzt das Gebot der Stunde. Neun Milliarden Euro bekommt ihr alleine die Lufthansa. Trotzdem fallen wahrscheinlich 20.000 Jobs weg. Wäre dann eine gesteuerte Insolvenz mit anschließendem Neustart so viel schlechter gewesen? Das hat ja das Management von Lufthansa ins Gespräch gebracht. Wir haben immer davor gewarnt, dass der direkte Einstieg des Staates der Auftakt zu einer Verstaatlichungsorgie sein könnte. Also wir müssen dem Management schon den Freiraum lassen, betriebswirtschaftlich notwendige Entscheidungen zu treffen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Aber was wir als FDP befürchten, ist eben, dass Großkonzerne gerettet werden und der Mittelstand möglicherweise in die Röhre guckt. Das kann nicht sein, dass bei Großkonzernen der Bundesadler kommt und bei kleinen und mittleren Unternehmen der Pleitegeier. Wir haben gerade Herrn Rehberg hier gehört, der uns nochmal dargestellt hat, wie dann die Zahlen zur Neuverschuldung sind. Also über 200 Milliarden Euro Neuverschuldung alleine in diesem Jahr. Wann zahlen wir das alles zurück? Ist diese Stabilität der Staatsfinanzen in Deutschland jetzt endgültig oder auf lange Sicht unter die Räder gekommen? Das hoffen wir nicht, dass die Stabilität unter die Räder gerät. Aber die Gefahr besteht, weil viele der Maßnahmen nicht generationengerecht sind. Und es kommt ja hinzu, dass die Große Koalition Versäumnisse und Fehlentscheidungen der Vergangenheit, Stichwort Rentenpaket ist milliardenschwer, die künftigen Generationen belastet. Stichwort Grundrente, wo wir gefordert haben, die nochmal zu verschieben, um Belastungen eben zu vermeiden. Dass eben solche Generationen ungerechte Entscheidungen der Großen Koalition nachwirken. Und wir befürchten, dass die Versicherungsbeiträge über 40 Prozent steigen. Also die Sorge, dass hier ein riesiger Schuldenberg kommt und für die nächste Generation da ist, die ist berechtigt. Und da gibt es nur einen Ausweg, jetzt die Leistungskraft, die Innovationsfähigkeit und das Wachstum in Deutschland wieder anzukurbeln. Und gleichzeitig aber auch von Seiten des Staates nicht immer neue Sozialleistungen zu beschließen und neue Belastungen für künftige Generationen auf den Weg zu bringen. Also nochmal der klare Appell, zum Beispiel die teure Grundrente, die ja die Altersarmut nicht zielgenau bekämpft, zu verschieben. Gegen die waren Sie von Beginn an, Herr Theurer. Aber was glauben Sie aber, wir haben gerade über den Plan von Paul Ziemiak gesprochen, wann man wieder anfangen kann, die Schulden zurückzuzahlen und vor allen Dingen, wann man sie dann zurückgezahlt hat. Ziemiak sagt, bis 2030 sollte man das getilgt haben. Ist das Ihrer Sicht nach realistisch? Also zunächst mal finde ich es gut, dass jüngere Abgeordneten und Kollegen eben auch die Generationengerechtigkeit in den Blick nehmen. Ich finde so ein ambitioniertes Ziel richtig. Aber das Entscheidende ist ja und das ist die Lehre aus der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir können die Schulden nur zurückführen, wenn wir Wirtschaftswachstum haben und ein hohes Maß an Beschäftigung. Das heißt also, die zentrale Aufgabe ist jetzt Arbeitslosigkeit zu vermeiden, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Unternehmen über diese Krise zu bekommen. Und dafür brauchen wir bessere Rahmenbedingungen, zum Beispiel komplett Abschaffung des Soli, ich habe es bereits gesagt, oder auch eine Unternehmenssteuerreform. Die USA haben die bereits gemacht, Großbritannien auch, Frankreich und sogar Italien. Also da darf Deutschland nicht länger zurückstehen und das fehlt leider komplett in den jetzigen Plänen der Regierungsmehrheit. Hygienewissenschaftler, aber auch der Virologe Streeck, sagen ja mittlerweile oder bezweifeln mittlerweile, dass ein Lockdown überhaupt notwendig gewesen wäre. Und wenn das stimmt, wenn er nicht notwendig war, dann ist der Politik damit ein gigantischer Fehler, der über eine Million gekostet hat, unterlaufen. Meinen Sie, das wird parlamentarisch aufgearbeitet werden? Also zunächst mal gibt es ja doch einige Stimmen, die jetzt kritisch sich äußern, etwa die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die also ja Herrn Gesundheitsminister Spahn und auch Kanzlerin Merkel vorwerfen, zu lange zu ruhig gewesen zu sein. Auch wir hatten als FDP ja gefordert, dass die Regierung härter reingeht, etwa was die Einreisen aus Risikogebieten angeht. Da waren in Taiwan die Leute schon mit dem Fieberthermometer im Flugzeug. Und da haben wir noch fast jeden einreisen lassen. Und dann kam die volle Gegenreaktion mit dem kompletten Shutdown, mit monatelangen Grenzschließungen, mit Verwerfungen, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich glaube schon, dass es erforderlich ist, das Ganze parlamentarisch aufzuarbeiten. Nicht um ein Tribunal zu veranstalten, sondern um daraus zu lernen. Das Zeitfenster für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in dieser Legislaturperiode ist nur noch sehr kurz. Da müssten wir in den nächsten Wochen einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Ich kann im Moment nicht absehen, ob sowas in dieser Periode kommt oder in der nächsten. Aber ich meine, es muss dringend analysiert und politisch aufgearbeitet werden. Und dafür ist ein Untersuchungsausschuss eine Möglichkeit. Letzte Frage, Herr Theurer, gerade kommt die Einmeldung rein. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft die AfD dort als Beobachtungsfall ein. Wenn Sie das jetzt gerade hören, ist auch ganz frisch für Sie Ihrer Meinung nach oder begrüßen Sie dies? Also die Entscheidung treffen die Verfassungsbehörden in eigener Kompetenz. Und das ist auch richtig so. Wir haben aber ja Gerichtsurteile beispielsweise zu den AfD-Politikern wie Herrn Höcke, die ihre Aussagen, die eindeutig als faschistisch zu bezeichnen sind. Vor dem Hintergrund sehen wir mit großer Sorge, dass eben die AfD sich zunehmend radikalisiert hat, dass sie rechtsextremistisch ist, dass sie radikal ist in ihrem Gedankengut. Und ich meine, da gibt es nur eines, eine klare Abgrenzung. Und wenn jetzt sogar noch die Verfassungsschutzbehörden sagen, es ist ein Beobachtungsfall, dann glaube ich, ist das ein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, hier genau hinzuschauen und eben sich nicht auf Extreme einzulassen politisch. Ich glaube, es ist das Gebot der Stunde, die demokratische Mitte zu schärfen und zu stärken. Ist ja nicht ganz unerheblich, weil es der Verband von Herrn Gauland ist, der im Bundestag ja auch keine ganz unerhebliche Rolle spielt. Ja, absolut. Also es ist ja einfach nicht richtig, dass da gemäßigte Politiker unterwegs sind. Im Gegenteil, auch Herr Gauland ist in seinen Ansichten außerordentlich radikal. Ich sage Vorsicht vor Wölfen im Schafspelz und ich empfehle keine Experimente und deshalb eine Stärkung der demokratischen Mitte. Wir sehen uns als Freie Demokraten ja auch als Alternative für Demokraten. Danke, Michael Theurer von der FDP heute früh hier bei BILD in aller Frühe am Montagmorgen. Danke Ihnen fürs Zuschauen, Anna. Vorsicht vor Wölfen im Schafspelz nehmen wir mit von Herrn Theurer auf jeden Fall. Das nehmen wir mit, wie leider auch den gigantischen Schuldenberg von Herrn Rehberg. Also nicht seinem Schuldenberg, aber er hat uns die Zahlen hier heute früh genannt. Und den unserer Kinder. Über 200 Milliarden Euro kommen da allein in diesem Jahr dazu. Das ist nicht die beste Nachricht, aber wir wissen, was das Konjunkturpaket kostet und hoffen, dass es dann den Konsum so ankurbelt. Es gibt großes Ungewissen hier, wie das wirklich so funktioniert, wie es geplant ist. Auch das können wir mitnehmen aus dem Montagmorgen. Gleich geht es hier weiter um 9 Uhr mit den nächsten BILD Live News. Und wir senden ganz besonders viel heute von Mallorca aus. Denn der erste Flieger ist gerade seit 20 Minuten in der Luft und landet dann in Kürze dort auf der Urlaubsinsel Urlaub wieder möglich. Das ist die gute Nachricht von heute. Ihnen einen schönen Montag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.